hallo liebe fabela gaming zuschauer heute sind hier fabian und wir stellen heute einmal eine kinder app vor die heißt pango bildpark kostet 3 euro 99 und in dieser app geht es darum einen vergnügungspark aufzubauen und wir schauen einfach mal rein die pango studios sind ja durchaus bekannt dafür einige gute kinder apps zu haben immer mit dem pango mit diesem blauen panda als hauptdarsteller lily was machst du denn da gerade also es gibt welten die im prinzip vorgebaut sind okay vielleicht können wir gleich trotzdem noch mal ein blick auf die welten werfen die schon vorinstalliert sind das ist der pango ne ach so genau da unten sind diese figuren was haben wir da ein krokodil dem pango und häschen und fuchs das ist doch kein krokodil kannst du mal ranzoomen oder geht das nicht doch geht doch ja das ist doch ein fuchs da rechts ah nee das ist ein schwein und was ist das in der mitte ein eichhörnchen ja da ist ein schwein okay gut was kann man mit denen machen man kann sie bewegen okay also wir sind jetzt hier auf einer leeren fläche also auf der linken seite hat man halt eben die verschiedenen attraktionen die man bauen kann wir haben hier ganz oben nämlich die achterbahn dann haben wir da drunter riesenräder karussells rutschen was ist das ach das sind so essstände vermutlich schloss rakete so bütchen halt hier können wir dann noch so sachen bauen wie bäume lutscher und hier können wir bänke und so bauen und grünflächen schilder schokoladen und das hier da können wir den untergrund wahrscheinlich bauen mit dem boden gras wiese was auch immer und ihr seht das ist immer so in zwei reihen aufgebaut die oberkategorie und dann kann man ein bisschen mehr ins detail gehen so und wir fangen mal an mit den achterbahn du brauchst jetzt eine achterbahn oder was ist das das ist nach der man denke ich wir machen jetzt so ein looping dahin okay aha mann du ziehst es einfach es kommt dann noch so hin wie ist die steuerung einfach es sieht zumindest sehr einfach aus was wird das wird das machen wir eine lokomotive da gleich hin ich hätte gerne lokomotiven achterbahn ach das geht also nur wenn so ein looping kann man nur machen wenn das auf dem boden steht und wie macht man das jetzt wieder weg also wenn man das will einmal aber ich will ja nur das in der mitte weg kriegen ja dann muss man auf den mülleimer klicken und dann kann man das anklicken was man bekommen möchte okay kann aber auch ganz einfach wischen gut setzt doch mal jetzt hier irgendwelche fahrzeuge drauf ich würde gerne mal sehen ist es da oben rechts überhaupt verbunden da rechts wo die brücke endet ich habe das gefühl da ist noch nicht ganz richtig siehst du das oben rechts da ist irgendwie da fehlt die kurve an es scheint zu gehen scheint richtig zu sein wie hast du denn jetzt den bildschirm gedreht auf die feine drücken aha durch die feine okay wo ist denn jetzt der bahnhof der startbahnhof oder gibt es gar nicht das glaube ich nicht aber wenn man innen draufklickt in da draufklickt dann ändert sich bei den drei manchen die farbe in dem pinkes auto okay so wie wie startet man jetzt die achterbahn es geht nur wenn man nicht mehr im baumodus ist was machst du da du hast zwei achterbahnen hingesetzt da geht doch mal ganz kurz aus dem baumodus raus ich bin jetzt mal neugierig ich will sehen wie das aussieht sind alle wieder da und da kann man so anklicken so wie fahren jetzt die achterbahn ach du tippst die einfach an und dann fahren sie nur anklicken die will da nicht irgendwie fahren jeder will gerade irgendwie nicht fahren jetzt so der kann jetzt da rein so fahr damit so mal raus man sieht ja gar nichts guck und da hinten jetzt fahren sie auf die achterbahn und warum kommen den hügel looping hoch so ja aber das ist doch ganz niedlich finde ich auch und da links ist ja jetzt noch unter dem bausymbol so ein kamerasymbol was kann man denn damit machen da kann man wenn man jetzt kann man hier die person anklicken ich nehme mal den hasen so und dann kann man halt sehen was die sehen okay ist das jetzt der hase aber der hase sieht den pango immer zu sehr kannst du auf den pango schalten dann können wir mal mitfahren mit unserer ist ja witzig das finde ich ein witziges feature und ich auch da vorne ist die andere achterbahn die dampft sogar ja ist ein zug ok was machen wir jetzt bauen noch ein bisschen ok gehen wir mal hier wir machen wir machen das lüsenrad ja denke ich auch und wir müssen es färben ein pinkes noch mal eine neue welt oder eine neue welt kann man denn auch die fläche unten vergrößern oder ist die immer gleich die ist immer gleich denke ich oder die ist da kann man nichts machen und oben rechts ist ja auch noch mal so ein pfeil in der ecke wofür ist denn da kann man zurückgehen da kommen ins hauptmenü ok verstehen wollen wir das mal kurz machen müssen wir nicht unbedingt näher ja und im prinzip ist es so also das spiel kostet 3 euro 99 es gibt keinerlei in-app-käufe in diesem spiel was natürlich sehr gut ist die entwickler müssen die kategorie kinder sechs bis acht jahren eingestellt schreiben aber in der app store beschreibung perfekt für kinder von drei jahren und älter also ich glaube für euch ist es eigentlich fast schon es ist zu jung also das ist eher für etwas kleinere kinder aber wer gerne irgendwie sachen baut du kannst ruhig weiter bauen wie die während ich erzähle also wer gerne baut oder so der findet hier eine echt nett gemachte kinder app würde ich mal sagen 3 euro 99 ist jetzt nicht ganz billig dafür gibt es aber auch keine in-app-käufe wie gesagt und auch keine werbung guck mal man kann von der rutsche auf die bahn rutschen voll gefährlich ja das stimmt jetzt kommt jetzt das guck mal jetzt kommt das mega ding das ist so eine schiffsschaukel können die auch weg machen und dann kann sie nämlich auch weg machen die sachen und dann ran ziehen also nett finde ich ja wirklich die die sache dass man eben auch in diesen attraktionen überall mitfahren kann können wir mal gerade irgendwo wieder in irgendeiner attraktion mitfahren die achterbahn haben wir jetzt ja gemacht können wir mal irgendwo anders mitfahren auf das riesenrad ja machen wir auf das riesenrad gehe auf das riesenrad kleiner hart ja wir können auch einfach jetzt da noch rein ne geh auf die schmerz wir machen mal dran man kann alles auch speichern also alle städte werden gespeichert oder alle städte sage ich schon alle acht alle vergnügungsparks man kann das nämlich anklicken und dann wird es los ok kannst du es nochmal aus der sicht zeigen wenn man komm wir nehmen mal den pangu oder eins zu genau so kannst du jetzt auch drehen also dass man richtig nee kann man leider nicht ach so man ist jetzt also darauf angewiesen auf die winkel die uns hier vorgegeben werden kann man denn jetzt beispielsweise könnte man gleichzeitig auch die achterbahn fahren lassen also dann könnte man so aus dem riesenrad sehen wie die achterbahn fährt wäre das möglich ja das geht dann muss ich erstmal irgendwo an reinsitzen also das geht auch ohne aber es ist cooler wenn man das da reintun jetzt fährt der fuchs in der achterbahn und das schweinchen das schweinchen das kommt wo ist denn der zweite zug da vorne da hinten kommt das schweinchen noch rein ach hier ein autoscooter ok dann na aber der muss weg sonst doch der muss auch fahren ja die müssen beide fahren ja gut dann gucken wir mal aus dem pandasicht park so da fährt die achterbahn das muss dann sehe ich das nicht doch moment da vorne ja ich glaube das riesenrad ist jetzt nicht optimal und du musst beide beide achterbahnen fahren lassen jetzt ist die eine achterbahn voll und die andere reingefahren so warte geh doch mal auf das auf das schweinchen das ist da unten im autoscooter guck mal da geht es jetzt nämlich richtig ab da sieht man alles guck mal da ist schon richtig leben im park warum ist denn die achterbahn warum hat die da schon wieder angehalten weiß ich auch nicht eine komische achterbahn wir können nochmal bei dem hier vorbeischauen genau wer war das jetzt das war der kleine Eichhörnchen wo sitzt der der sitzt im karussell ach ja im karussell schön da sitzt der muss rutschen der kleine Eichhörnchen da rutschen oder das die rutschen dann geht es hier gleich voll komisch aus wenn wir den jetzt anklicken guck mal das sieht voll komisch aus ui und dann geht es hier gleich hoch und dann ui 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 ja guck mal da ui ja ich würde jetzt nicht behaupten dass das jetzt irgendeine wahnsinnig spielerische Tiefe hat aber das ist ja soll ja auch gar nicht unbedingt sein es ist ja für eine eher jüngere Zielgruppe wir bauen noch ein bisschen komm wir machen noch ein Trampolin oder ein kleines wir nehmen mal so ein Schloss hier so ein dickes oh das geht nicht wir packen das Schloss einfach mitten rein guck hier in der App Store Beschreibung steht sie werden mit der Achterbahn also die Charaktere Pango und seine Freunde werden mit der Achterbahn fahren und die Spukwiller die große Rakete und das mittelalterliche Schloss besuchen und sich als Geist, Astronaut oder Prinzessin verkleiden wie wie denn wie können wir denn wie verkleiden die sich denn man braucht da so ein paar Dinger man braucht ein Schloss so ein Haus hier kannst du mal einen Boden machen diese oder kann man den Boden das sind diese Kacheln und da so eine Rakete braucht man und mehr glaube ich braucht man nicht ja wie und wie verkleiden die sich jetzt erst muss ich noch den Boden machen das ist gesagt ja erst mal da genau weil ich meine nämlich diese Kacheln die mag ich nicht so und jetzt kann man einfach ich nehme jetzt einfach mal den Hasen wo bist du Hasen da oben den kann ich jetzt einfach mal da reintun ins Schloss aha guck schon das ist hier eine das ist hier eine Prinzessin stimmt und wenn man den da reintut ist er ein Ritter ah ja das ist nett gemacht und wenn man den da reintut da ist er ein Zombie ah ja jeder Charakter ist was anderes der klaut jetzt die Prinzessin guck rein damit ich will auch rein der ist jetzt guck mal der guckt da links aus dem Fenster ja na genau das Eichelnchen sieht so süß aus das stellen wir mal da so hin damit dass der ihn beobachten kann ähm äh ist ein bisschen schräg nee das will ich nicht oh nein der ist rausgebrochen haha nein nicht rutschen hör auf du bist keine Rutsche haha das sieht voll süß aus haha 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 so jetzt guckt das oh das ist auch gefangen haha jetzt bauen wir wieder ja ich würde mal testen was bei diesem großen Haus passiert im großen Haus ok machen wir noch den können wir doch da reintun ja und alle und Pango hey jetzt sind ja alle ritterlich und Pango ja Pango kommt da rein der Pango ist der Tester man kann übrigens wenn man das Schloss antickt das noch höher machen aber irgendwann geht auch und dann geht es zurück ok kann man das Riesenrad auch größer machen nee aber das hier ah oh drei vier huiuiuiuiuiui zu sein Vampir guck mit Flügel und noch ein anderer wenn man den da in die Rakete rein tut da ist ein Astronaut vielleicht klappt das ja auch mit dem Zirkus klappt das guck mal jetzt ist er ein oh mein Gott ein Zirkusdirektor ist er jetzt kann man jetzt schlecht sehen weil der Eingang vom Zirkus genau am Rand von der Map ist von der Karte ist so ein riesen Zirkuszelt ja ist riesig weißt du was ich gerne noch zeigen würde ich würde gerne einmal in die vorgefertigten Welten reinschauen dann gehen wir mal auf das Haus und es gibt hier glaube ich auch einen Elternmodus warte mal kannst du mal auf das i klicken ob man da irgendwas sieht da ist nichts dann auf Play gehen ah das ist jetzt das was wir gemacht haben ok wo sind jetzt die vorgefertigten Welten wenn man neu erstellt kann man sich hier eine ausbauen die können doch mal aber wo gibt es jetzt den Elternmodus in der App Store Beschreibung steht irgendwas vom Elternmodus mhm kann ja mal nochmal auf die klicken aber ich sehe hier keinen Elternmodus können trotzdem mal gucken da ist nix es ist ja eigentlich auch nicht nötig hier irgendeinen Elternmodus zu haben es gibt ja gar keinen In-App-Kauf oder so aber in der App Store Beschreibung steht Einstellungen für elterliche Kontrolle integriert tja finde ich jetzt spontan nicht aber vielleicht im Pausenmenü gibt es ein Pausenmenü im Spiel nö das gibt es nicht egal dann lass uns einfach mal in die Welten gucken die es so gibt welche gefällt euch denn besonders gut die hier mir nimm ich die hier ja die ist auch gut ja das ist ja gut Regenbogen farbig wir machen das mal größer hier das geht ja gar nicht also das sind jetzt quasi Welten die von den Entwicklern vorgefertigt wurden und die man aber auch nach Belieben verändern kann man muss also nicht komplett von neu anfangen und eine Welt machen du kommst in den Zirkus du Kleine ey sie ist ein was ist was bist du du bist ein komischer Hase ein Löwe ja sie ist ein Löwe oh Gott ach so wenn der Hase in den Zirkus geht boah du bist ein Clown du bist wieder hier der der direkt so oh und der was ist das was ist das wer ist das hier rein oh der war feller sieht alles witzig aus das sind witzige Leute ja mir gefällt der hier am besten der Kleine also Eltern die für ihre jüngeren Kinder eine App suchen welche die Kreativität ein bisschen fördern wo vielleicht auch eigene Geschichten gemacht werden das hier ist auf jeden Fall eine liebevoll gemachte App ich weiß nicht wie lange sich Kinder mit sowas beschäftigen würden ich glaube ihr würdet vermutlich nicht so lange damit eure Freude haben wir zeigen demnächst noch eine App wo ihr wesentlich länger mit gespielt habt ja aber das hier ist auf jeden Fall eine nett gemachte App für wirklich jüngere Kinder einfach um die Kreativität und den Spieltrieb ein bisschen zu fördern es gibt nichts Schlimmes es gibt keine Werbung keine App Käufe das ganze ist liebevoll gemacht nette Animationen nette Charaktere nett ist dass man auch wirklich in die einzelnen Fahrgeschäfte gehen kann und das aus der Sicht von den jeweiligen Personen sehen kann das ist ganz lustig und ihr habt schon ein bisschen Spaß gehabt damit oder? wir können auch das jetzt so machen wir können den Panko da reintun da kann man da so und das sieht dann voll toll aus das Dach ist offen das Dach ist offen das hat kein Dach ja stimmt die App kostet wie gesagt 3,99 Euro und das war Panko Bildpark wir hoffen das Video hat euch gefallen wir werden auf jeden Fall auch eine Rubrik machen in der wir weitere interessante Kinder Apps vorstellen wir danken euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video Tschüss 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 Musik 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 Tschüss vielleicht aim exposing